Wenn von Ihnen Schadenersatz gefordert wird, dann prüft die Versicherung erstmal, ob diese Forderung berechtigt ist. Ist sie berechtigt, wird vielleicht noch die Höhe nach verhandelt und die Forderung dann ausgeglichen bzw. der Schadenersatz bezahlt. Kommt die Versicherung jedoch zu dem Ergebnis, dass die Forderung gegen Sie nicht berechtigt ist, dann wird diese Forderung in Ihrem Namen durch die Versicherung abgewehrt.